In diesem Video präsentieren wir euch das neue, aktuelle Induktionskochfeld aus dem Hause Neff mit dem Flex-Design. Und was das Kochfeld alles kann, das verraten wir euch in diesem Video. Dabei geben wir viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von, genau, Küche gut. Und zu einer guten Küche gehört natürlich auch ein gutes Kochfeld. Und heutzutage werden am meisten Induktionskochfelder bestellt und natürlich auch eingebaut. Und wir haben hier für euch jetzt eins der neuen Induktionskochfelder aus dem Hause Neff. Und zwar haben wir hier ein Kochfeld 80 cm breit mit insgesamt vier Kochzonen. Und das Besondere ist, dass diese Induktionszonen flexibel sind. Da kommen wir dann später nochmal mehr drauf zurück. Und wir haben natürlich das neue, flexible Design an diesem Kochfeld. Und wir haben den flexiblen Twistpad. Und hochinteressant den neuen Bratsensor, den wir euch ja schon letztes Jahr auf der IFA bei Bosch vorgestellt haben, wo ihr die Möglichkeit habt, gerade genau hier eure Temperatur einzustellen für das perfekte Bratergebnis. Starten wir mit dem Aufbau des Kochfeldes. Und zwar haben wir hier insgesamt eine Breite. Gucken wir gleich nochmal. Denn durch die flexiblen Rahmen sind wir etwas größer als 80 cm. Denn wir haben hier insgesamt 83,4 cm Breite. Und haben hier eine Tiefe von 52,7 cm. Also ein bisschen größer als 80 cm. Und schwarzes Glas. Das hatten wir euch ja schon in unserem Messevideo gezeigt, dass ihr die Metallleisten in verschiedenen Farben bekommen könnt. Und die dann auch entsprechend auswechseln könnt. Gleiches gilt für den Twistpad. Den gibt es dann auch immer in der passenden Farbe, in passendem Dekor. Ja, was bietet uns jetzt das Kochfeld rein von der Technik? Und zwar haben wir, das kennt ihr ja schon von anderen Kochfeldern, aus unseren Videos von Kochfeldern, die aus der BSH-Gruppe kommen. Also Bosch, Siemens, Neff, Constructa. Das heißt, wir haben hier ein flexibles Induktions-, nicht Design, sondern Funktionen haben. Das heißt, wir haben klassisch vier Induktionszonen. Diese sind 20 cm mal 23 cm. Und diese können sich noch flexibel erweitern. Einmal nach links, einmal nach rechts. Und sind natürlich auch flexibel ansteuerbar dann in der Tiefe auf dem Kochfeld. Heißt, das Kochfeld passt sich dann der individuellen Größe des Topfes, beziehungsweise der Pfanne mit oder des Bräters mit an. Jede einzelne Kochzone hat eine Leistung von bis zu 2,2 kW und in der maximal, also in der Powerstufe, bis 3,7 kW. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir schalten einfach das Kochfeld mal ein. Wir sehen hier unsere Bedienung. Wir haben das Symbol, dass wir dieses Kochfeld auch mit der Home Connect App mit verbinden können. Wir haben ein Herz, das steht meistens immer für die Favoriten, wo wir hier dann unseren Favoriten abspeichern können. Und wir haben hier die Uhr, wo wir natürlich hier einen integrierten Kurzzeitbäcker haben, der zwei Funktionen hat. Einmal, dass er einfach nur ein Signal gibt und zum anderen, dass er neben dem Signal auch die jeweilige Kochzone dann halt abschaltet, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was wir hier an Töpfen und Pfannen draufkriegen, wie gesagt mit dem Flexdesign. Das kennt ihr ja schon. Wir haben hier unsere große Pfanne, die würde dann insgesamt schon mal drei Zonen in Anspruch nehmen. Wie groß ist unsere Pfanne? Dürft natürlich jetzt nicht hier oben messen, da ist die Pfanne wäre dann 33,3 Zentimeter. Aber entscheidend ist ja der Boden hier unten und da haben wir dann insgesamt 25 Zentimeter. Und da ich ja vorhin gesagt hatte, wir haben 20 x 23, werden wir jetzt hier die komplette vorgesehene maximale Größe in Anspruch nehmen, um hier wirklich ein gleichmäßiges Ergebnis zu bekommen. Das ist unsere große Pfanne. Dann haben wir hier verschiedene Töpfe. Können wir auch nochmal hier platzieren. Die mittlere Topfgröße passen wunderbar. Zwei Töpfe übereinander oder hintereinander, je nachdem von welcher Seite man jetzt hier drauf schaut. Und hier haben wir, kann man auch gleich nochmal gucken, 19 Zentimeter Durchmesser im Boden. Also passt perfekt. Und dann haben wir noch unseren großen Topf hier. Der passt, naja, mit einem leichten Überhang auch auf eine einzelne Zone, ohne dass ich jetzt was zuschalten müsste. Und dann haben wir hier an der Stelle noch unseren Bräter. Apropos Bräter, hier würde ich mal ganz kurz ein bisschen Wasser rein geben. Und dann schauen wir uns das nochmal praktisch an, wie das Ganze aussieht. Und wenn das aufkocht, wie gleichmäßig das sich hier verteilt von den Induktionsspulen, die hier unter dem Glas eingebaut sind. So, und dazu schalten wir unser Gerät an. Wählen die Kochzone aus. Und gehen über das Twistpad in die Leistungsstufen. Und sehen jetzt hier schon, dass wir in Summe 17 Leistungsstufen haben. Und dies ergibt sich, dass wir immer hier entsprechend eine Zwischenstufe haben. Also immer nochmal eine halbe Stufe. Jetzt sehen wir, dass die beiden Kochzonen miteinander verbunden sind. Beide laufen auch auf der Powerstufe, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und während wir jetzt warten, bis das Wasser anfängt zu köcheln und wir sehen, wie gleichmäßig das verteilt, könnt ihr die Zeit nutzen, unseren Kanal abonnieren, das Übrige ist kostenfrei und keine von unseren interessanten Technik-Videos mehr zu verpassen. Ja, und jetzt wird deutlich, dass wir hier wirklich ein gleichmäßiges Verhältnis haben von unseren einzelnen Induktionsspulen. Und somit der Boden halt wirklich gleichmäßig erhitzt wird. Und wenn wir schon einmal hier Wasser erhitzen und in Frasen haben, darf natürlich das Thema Dunstabzug nicht fehlen. Aktuell bei uns hier in der Ausstellung noch die Bosch Dunstabzugshaube. Aber das Ganze gibt es ja auch von Neff und über die Home Connect App könnt ihr das Ganze auch miteinander verbinden. Funktioniert übrigens innerhalb der App auch firmenübergreifend, also Bosch, Siemens und Neff an der Stelle. Das funktioniert, der Abzug funktioniert auch. Dann drehen wir einfach wieder runter, lassen das Ganze jetzt runterfahren und widmen uns nochmal dem Bratsensor. Dazu gehen wir vorne auf diese Zone, wo wir unseren Kochtopf haben jetzt, statt eine Bratpfanne. Aber ich denke mal, für das Präsentieren reicht das vollkommen aus. Dann aktivieren wir natürlich hier unseren Bratsensor und können jetzt hier über unser Twistpad die Temperatur einstellen. Insgesamt gibt es hier 11 Temperaturstufen. Wir können das Ganze regeln von 70 bis 220 Grad. Und wer jetzt mathematisch ziemlich fit ist, wird feststellen, wie geht das jetzt mit den 11 Temperaturstufen. Da sind wir hier auch schon ein Stück weit an unsere Grenzen gestoßen, bevor wir das Kochfeld da hatten. Und dann schauen wir ganz einfach mal, wie sich das hier verhält. Also die ersten Schritte können wir wählen, beginnend mit 70 Grad, 80 Grad, 90, 100, 110, 120 Grad. Also haben wir hier 10er Schritte und ab 120 Grad geht es in 20er Schritten. 140, 160, 180, 200 und 220 Grad. Und die Anzeige, nachdem sie eingestellt ist, zeigt dann halt immer an, in welcher Temperatur wir uns hier aktuell befinden und sehen jetzt, dass es schon hochgeheizt wird. Ich habe jetzt hier auf 220 Grad gestellt und unser Kochfeld ist jetzt schon bei 110 Grad, 120 Grad. Also geht hier wirklich sehr, sehr schnell. Und wenn ihr euch jetzt fragt, für was kann ich denn diese Temperaturen nutzen, für was sind diese geeignet? Ja, was kann man jetzt mit 70 Grad machen? 70 Grad nimmt man ganz klassisch zum Schmelzen, zum Beispiel für Butter oder für Schokolade. 110 Grad als Beispiel kann man nehmen für Soßen, also wer gerne mit Soßen arbeitet, da kann man natürlich hier wunderbare Soßen reduzieren. 110, 120 Grad sind dafür perfekt geeignet. Wenn ihr gerne ein Omelette macht, dann hilft euch der Bratsensor, indem ihr den Bratsensor auf 140 Grad einstellt. Und wenn ihr dann panierte Sachen braten wollt oder Fleisch braten wollt, lebt ihr für panierte Sachen zum Beispiel 180 Grad. Und halt eben für das schöne Steak anbraten, damit das halt auch richtig schön von der Optik her ist und halt auch gut durchgebraten, also nicht durchgebraten, sollte ja Medium bleiben. Aber dass halt wirklich hier richtig gutes Ergebnis rauskommt, könnt ihr das Ganze halt auf die 220 Grad stellen. Unser köchelnder Topf, unser Bräter, habe ich wieder runtergefahren. Eine Haube kann jetzt auch langsam wieder ihren Dienst einstellen, muss noch ein bisschen nachlaufen. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, wenn ihr eine Dunstabzugshaube habt, dass ihr einfach die Hauben, wenn ihr fertig seid, nur noch mal nachlaufen lässt. Moderne Hauben haben dann auch einen automatischen Nachlauf, beziehungsweise wenn das Kochfeld mit der Haube kombiniert ist, regelt das die Elektronik von selbst. Ja, und wenn ihr jetzt fragt, ja okay, jetzt hat der Robert hier vorn mit dem Bratsensor gearbeitet. Wie ist das mit den anderen Kochzonen? Ganz einfach, Neff macht es uns hier einfach. Jede einzelne Kochzone kann mit dem Bratsensor angesteuert werden. Also habt ihr in dem Fall vier Möglichkeiten, wo ihr mit dem Bratsensor arbeiten könnt. Ja, und wenn jetzt euch unser Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne über den Link weitere hilfreiche und inspirierende Videos für eure Küchenplanung finden oder für den Austausch eurer Elektrogeräte. Und unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann Küchen Logo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert. Oh, tschüss. So, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020